willkommen zurück es geht direkt spannend weiter zum thema lösung industrielle anwendungen mit künstlicher intelligenz heute sprechen wir oder jetzt sprechen wir über einsatzbereiche der künstlichen intelligenz und über die erfolgsgeschichte bei velux dazu darf ich ganz herzlich begrüßen christoph eichhorn unseren strategic product manager von sick und lasse helleby von velux in dänemark herzlich willkommen auch von meiner seite ich freue mich in dieser session über künstliche intelligenz und insbesondere auch über deep learning sprechen zu dürfen welches moment das wichtigste feld innerhalb der künstlichen intelligenz ist und wie sie vielleicht anhand der agenda auch schon festgestellt haben hängt diese session ein bisschen mit der folge session über app space zusammen nicht nur inhaltlich haben wir ein paar verknüpfungen sondern auch unseren gast lesse helleby von von velux haben wir in beiden sessions da und er wird beide sessions mit praktischen interessanten anwendungsfällen aus seinem unternehmen in dänemark bereichern bevor wir in die session einsteigen möchten wir gerne noch ein kurzes teaser video zeigen mit äh Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, was bedeutet Künstliche Intelligenz? Was bedeutet Deep Learning für uns? Wenn Sie mich fragen, fallen mir spontan zwei wichtige Punkte ein, die ich hier gerne nochmal herausstellen möchte. Der erste ist, dass wir mit Künstlicher Intelligenz, mit Deep Learning komplexere Aufgaben automatisieren können, als das vormals der Fall war. Und der zweite Punkt ist, dass sich auch die Handhabung, die Lösungsentwicklung stark vereinfacht dadurch. Und der Grund dafür ist, dass wir statt wie bisher Aufgaben oder Lösungen mit sehr scharfen, sehr präzisen Regeln lösen, gehen wir mit Künstlicher Intelligenz dazu über, diese anhand von Beispielen zu lösen. Also das heißt, wir trainieren unseren Sensor mit Beispielen ähnlich, wie wir einen Menschen in einer Aufgabe einarbeiten würden. Und das bedeutet dann im Grunde, dass komplexere Aufgaben mit weniger Aufwand und auch durch vielleicht auch nicht immer perfekt qualifizierte Menschen gelöst werden können. Und wenn man das wirtschaftlich übersetzt, bedeutet das am Ende des Tages, dass man mit weniger Ressourcenaufwand mehr Gewinn schöpfen kann. Wie sieht es dann praktisch aus? Wir haben es gerade schon erwähnt, wir brauchen Beispiele, um unseren Sensor zu trainieren. Das heißt, wenn wir uns diesen dreiphasigen Prozess anschauen, einer Applikationsentwicklung, dann starten wir im Schritt 1 damit, Beispielbilder in diesem Fall aufzusammeln. Das könnten zum Beispiel an einer Produktionsstätte für Lebensmittel oder organisch gewachsenen Produkten der Fall sein, wo wir jetzt hier Beispielbilder sammeln. Wenn wir davon genug haben, also einen repräsentativen Datensatz zusammen haben, dann sortieren wir diese Bilder innerhalb der verschiedenen Gruppen, die wir gerne erkennen können möchten und laden dann diese Bilder in dStudio hoch. DStudio ist unser Cloud-Service für das Trainieren neuronaler Netze und dort stellen wir Ihnen sehr starke Ressourcen, Rechenressourcen zur Verfügung, um diese neuronalen Netze in kurzer Zeit zu trainieren. Und nicht nur trainieren wir die Netze dort, wir evaluieren auch sofort das Ergebnis und wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, kann dieses neuronale Netz heruntergeladen und in den Sensor gespielt werden, um dann wieder zurück in der Anlage automatisiert die Entscheidung zu treffen, die bisher nicht automatisierbar waren. Und um Ihnen das ein bisschen weiter zu erläutern, habe ich ein schönes Beispiel mitgebracht, wo es darum gehen wird, in so einem BOOL-Set die Vollständigkeit zu überprüfen. BOOL ist ein Spiel, in dem es darum geht, dass verschiedene Spieler oder Teams etwas schwerere Stahlkugeln rollen oder werfen mit dem Ziel, diese so nah wie möglich an eine kleine Holzkugel heranzubringen. Und um die Kugeln aus den unterschiedlichen Teams zu unterscheiden, sind diese mit Linien markiert. Sie sehen es hier im Bild, es gibt Kugeln, die mit einer einfachen Linie markiert sind und Kugeln, die eine Doppellinie als Markierung haben. Und diejenigen, die das Spiel schon mal gespielt haben, die wissen, dass man manchmal auch zweimal hingucken muss, um zu erkennen, wie viele Linien auf der gerade gewinnenden Kugel sind. Und das macht es zu einem perfekten Beispiel, um Deep Learning und die Leistungsfähigkeit von neuronalen Netzen zu erklären. Stellen wir uns also vor, dass wir der Hersteller solcher BOOL-Sets sind, und wir möchten gerne überprüfen, bevor wir die an unsere Kunden ausliefern, ob die vollständig sind, ob die richtigen Kugeln drin sind. Das heißt, wir wollen schauen, ob wir von den Kugeln mit einer Linie drei Stück drin haben, mit der Doppellinie auch drei Stück. Es darf natürlich keine Kugel fehlen. Und darüber hinaus möchten wir gerne auch sicherstellen, dass sich das Set optisch schön darstellt, wenn der Kunde es öffnet. Das heißt, wir möchten gerne dafür sorgen, dass oder sicherstellen, dass die liniengleichen Typs in einer Reihe aufgereiht sind. Und um das jetzt umzusetzen, starten wir mit einer programmierbaren Kamera von uns. Und auf dieser Kamera läuft dann idealerweise die Intelligent Inspection Sensor App, die es uns ermöglicht, mit wenigen Klicks ein paar Bereiche zu kennzeichnen, die wir nachher gerne automatisch inspizieren möchten. Sie sehen es hier, diese grünen Boxen, die da liegen, wo wir nachher die Kugeln haben. Und in diesen Bereichen sammeln wir jetzt Bildausschnitte, die wir für das Training verwenden können. Und wenn wir davon von diesen Bildausschnitten im repräsentativen Satz zusammen haben, dann sortieren wir die in die verschiedenen Klassen, die uns interessieren. In dem Fall haben wir drei Klassen. Eine Klasse für die einfach markierten Kugeln, eine mit den Doppellinien und eine, wo die Kugel fehlt. Und wenn wir diese Bilder dann zusammen haben, können wir in D-Studio gehen. Da haben wir jetzt auch ein kleines Demo-Video, wo wir diesen Prozess, der normalerweise eine halbe Stunde etwa dauert, in diesem Fall etwas beschleunigt haben. Also Sie sehen, wir gehen ins D-Studio und der erste Schritt wird darin bestehen, dass wir unseren Datensatz hochladen und definieren. Wir legen jetzt hier einen Datensatz an und definieren innerhalb dieses Datensatzes jetzt die verschiedenen Klassen, die für uns von Belang sind. Das ist zunächst mal die Klasse mit dem leeren Fach, wo wir jetzt die Bilder hochladen, die wir dazu gesammelt haben. Und das Gleiche wiederholen wir nachher für die zwei anderen Klassen. Dieser Datensatz wird während des Trainingsprozesses nicht nur für das Training selbst verwendet, sondern wir werden auch ein Stück, ein Teil dieser Bilder direkt zur Seite legen. Die werden nicht im Training dem neuronalen Netz gezeigt und während und im Anschluss an das Training dazu verwendet, das Ergebnis und die Leistungsfähigkeit des neuronalen Netzes zu prüfen. Wenn der Datensatz fertig ist, legen wir damit ein Projekt an. Das bedeutet, dass wir wählen den Datensatz nochmal aus und wählen dazu eins aus wenigen verfügbaren, also aus drei verfügbaren neuronalen Netzen aus. Wir haben die in verschiedenen T-Shirt-Größen aufgelistet, um das möglichst einfach zu handhaben. Wir haben kleine, mittlere und große Netze. Die kleineren haben die schnellste Ausführungszeit, während die großen auch mit komplexeren Aufgaben zurende kommen, aber dafür eine etwas längere Ausführungszeit in Anspruch nehmen. Und wenn wir jetzt dieses Projekt haben, wählen wir das in der Trainingsansicht aus, starten das Training und werden während des Trainings den Fortschritt sehen. Wir sehen hier, das Netz kommt relativ schnell in die Lage, hier sehr, sehr gute Entscheidungen zu treffen und verbessert sich dann weiterhin kontinuierlich. Wir haben eine rote und eine blaue Kurve, die wir hier sehen für die Genauigkeit der Evaluationsergebnisse. Die blaue zeigt uns, wie gut das Netz mit den bisher nicht bekannten Bildern zur Rande kommt, die wir am Anfang zur Seite gelegt hatten. Und diese Evaluationsbilder werden im nächsten Schritt auch nochmal allesamt genauer angeschaut und wir können uns hier dann nochmal angucken, wie gut das Netz mit der Aufgabe zur Rande kommt. Und falls es zu irgendwelchen Problemen kommt, die wir gerne noch beheben möchten, wird es da sichtbar. Nachdem wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, gehen wir zum letzten Schritt über, laden dieses neuronale Netz herunter und können es ab da dann auf dem Sensor zum Einsatz bringen, um automatisiert Entscheidungen darüber zu treffen, welche und ob eine Wuhlkugel sich in einem bestimmten Bereich befindet. Auch dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet, wo wir Ihnen jetzt nochmal zeigen können, wie sich die Applikation in der Intelligent Inspection App hier in dem Fall nochmal darstellt, nachdem wir das Netz hochgeladen haben. Das heißt, wir haben jetzt einfach mit wenigen Klicks jeder dieser Boxen, die wir anfangs definiert hatten, noch ein neuronales Netz zugewiesen und können jetzt innerhalb dieser Boxen jetzt entscheiden, was sehen wir in dieser jeweiligen Box. Und darüber hinaus haben wir jetzt in dieser App noch ein kleines bisschen Logik hintendran gebaut, die uns jetzt nicht nur die Ergebnisse der einzelnen Boxen ausgibt, sondern wo wir auch diese Gesamtaufgabenstellung noch mit implementiert haben. Das heißt, wir schauen, haben wir wirklich drei Kugeln jeden Typs und sind sie richtig aufgereiht? Und sofern das der Fall ist, gibt die App am Ende ein True zurück und wenn nicht ein False. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich geschafft, innerhalb einer programmierbaren Kamera eine doch relativ komplexe Situation in eine klare, einfache, binäre und zuverlässige Entscheidung zu überführen. Ähnliche Aufgaben gibt es viele. Wir haben jetzt hier auch beispielsweise bei uns in der Produktion solche Aufgaben, die sehr ähnlich sind, wo es zum Beispiel darum geht, eine Montageüberprüfung durchzuführen. In dem Fall haben wir hier einen Laserscanner, wo in den Sockel ein kleines Gewinde reingebaut werden muss, damit es nachher montiert werden kann. Die Ausgangslage ist relativ schwierig, weil das Material glänzt, weil die Oberfläche unterschiedlich beschaffen sein kann, je nach Herstelldatum und so weiter. Und mit Deep Learning können wir hier eine Aufgabe in relativ kurzer Zeit lösen, die vorher sehr, sehr schwer zu bewältigen war. Eine andere Anwendung, die wir bei uns in der Produktion haben, ist die Inspektion von Lötstellen zwischen zwei Platinen. Sie sehen hier, wir haben hier drei verschiedene Klassen mal aufgeführt, den Gutfall und zwei verschiedene Fehlerfälle. Und innerhalb einer solchen Klasse sehen wir eine sehr, sehr starke Varianz, die es sehr, sehr schwer macht, das mit klassischer Algorithmik zu lösen, weil es sehr schwierig wird, hier Regeln festzusetzen, die damit klarkommen. Und mit Deep Learning ist es wiederum sehr, sehr einfach, einen solchen Fall sehr, sehr zuverlässig zu lösen, indem man einfach repräsentative Beispiele mit D-Studio benutzt, um ein neuronales Netz zu trainieren. Noch ein drittes Beispiel hier, wo wir auch in unserer Produktion überprüfen, ob eine Abschirmung richtig aufgebracht wurde oder nicht. Sie sehen hier, die Abschirmung ist da, wir bekommen ein OK zurück und wenn sie entfernt wird, gibt es sofort ein Nicht-OK. Und was wir hier noch sehen, ist, dass wir das auch mit einer Object-Location kombiniert haben, um klassische Machine Vision mit wenigen Klicks mit Deep Learning zu verbinden. Und das Schöne hier ist nicht unbedingt die Komplexität der Aufgabe, sondern dass in dem Fall auch Ingenieure in der Lage waren, die mit Bildverarbeitung wenig zu tun hatten, bisher das selbstständig zu lösen. Es gibt also viele Beispiele, wo Deep Learning sehr viel Gewinn bringen kann. Wir haben jetzt hier welche gesehen aus dem Bereich Montage und Elektronikindustrie, aber auch da, wo es um organisch gewachsene Produkte geht, kann Deep Learning Aufgaben lösen, die bisher schwierig waren. Ein Beispiel wäre in der Holzindustrie die Erkennung der Orientierung von Jahresringen, bevor man Balken zusammensetzt oder das vierte hier Lebensmittel und Verbrauchsgüter. Da sehen wir auch viele Möglichkeiten, Deep Learning einzubringen. Sie haben jetzt gesehen, das Trainieren neuronaler Netze ist sehr, sehr einfach. Man wird aber darüber hinaus auch noch am Sensor in der Applikation auch noch weitere Anpassungen vornehmen müssen, damit es dann wirklich perfekt zu Ihrem Anwendungsgebiet passt. Eine sehr einfache Möglichkeit hierzu bietet die Intelligent Inspection Sensor App, die Sie schon gesehen haben, die auf unseren programmierbaren Kameras läuft, wo man keine Programmierkenntnisse für braucht. Manchmal will man aber noch ein Stück weitergehen, eine sehr individuelle Sensor App schreiben und da bietet das SICK AppSpace-Ekosystem sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Und da werden wir jetzt in der Folgesession noch mehr zu hören. Team Momente wird es sehr gut in der nächsten Session erklären. Ich empfehle, noch dabei zu bleiben hier. Und an der Stelle bin ich sehr froh, die Bühne übergeben zu können an Lasse Hezebi von Velux, der mit D-Studio und unseren Kameras und Sensoren bereits Applikationen erfolgreich umgesetzt hat. Er wird uns eine Applikation zeigen, wo es darum geht, in Jalousienelementen, die mit Schaumstoff gefüllt werden, zu prüfen, ob diese Schaumstofffüllung erfolgreich sich ausgedehnt hat in das ganze Element. Das ist ein etwas komplizierter Prozess, wo der Schaumstoff nicht immer so tut, wie er soll. Das ist der erste Use Case. Und beim zweiten Use Case wird es darum gehen, zu schauen, ob eine Schraube vorhanden ist oder nicht. Auch hier die Schwierigkeit, dass wir metallische Elemente haben, die unterschiedlich reflektieren, unterschiedlich Oberflächenbeschaffenheiten haben. Und auch das hat da sehr erfolgreich geklappt. Wir werden diesen Teil auf Englisch kurz durchführen. Lasse, ich bin sehr glücklich, dass Sie auf dem Platz aufzeigen und danke Ihnen, dass wir uns heute mitstehen. Der Platz ist Ihrer Seite. Vielen Dank, Christoph. Und ich werde auf Englisch verhören. Das ist where meine Deutschland steht. Danke, dass ich mich hierher brenne. Und ich hoffe, dass alle von dem den Wesen verstehen, was ich versuche, möchte. So, I got the understanding that you just explained the use cases a little bit, Christoph. I will go through how we have used this deep learning from SIG in VLUX and how we have solved some applications, which we have tried to solve with the normal rule-based vision applications with limited success. So, the challenge here is from one of our accessories products for a VLUX window, is a shutter where you have these shutter profiles that is roll-formed aluminium filled with polyethylene foam. And this process is, of course, a live process, where the foam expansion is dependent on mixture, temperature, speed, and things like that. So, it can be a little bit difficult to control. And in order to reduce waste, we are trying to cut it in and use as many profiles with perfect filling as possible. A filling from a cut here shown, the white part is actually the foam filled within the profile. And this is a perfect cut. But as you can see on these images, the expansion of the foam can vary. They can be empty depending on the nozzle being stucked or things like that. And then these kind of profiles are not allowed to go into a product. Today, this is checked by and relied on operator decision. By using D-Studio, we used an Inspector P camera from SIG to collect images, store them on an FTP server locally during live production where we wanted to solve the problem. After that, we created the project and uploaded the files to the classes and created this data set that Christoph also explained. And we created a network to be trained to try this deep learning network. The training went quite well. And after some time, we could evaluate the result based on the training data. And some of the training data are used for evaluation. And this is a perfect line in that case. And at that moment, we downloaded the model, the network, and deployed it on the same camera as we used for image collection, data collection, and tested the solution on the production where the problem was. The first network we created had a limited success as well. And by using SIG as support, we tried to figure out how we could improve this. One of the things is that when deep learning are using the images as data, they are transforming it into a perfect square. So, by looking at these images, you can see that because the image we created was elongated, it was long, a lot of the data in the image is actually not related to the problem at all. So, the idea was to split the image into three more perfect rectangles and then train three different networks. That also gives the benefit that we can see in the left and in the right part independently which side is not fully filled with foam, because that can vary. And we did a new training where we also, during the new training process, removed the background clutter, the chips and the part of the image that is not in focus. And also, we collected a lot more data because we used the first network to actually pre-sort the images into the labels. And then we manually details sorted afterwards, which gave us easily a minimum of 300 images per class. And by using that, these three new networks, we were able to get a much better and much more satisfactory result with this prediction. The really nice part about this is that all interference, all logic is handled on the device, on the camera. And even though it's not running on an edge or a cloud service, it still executes within 37 milliseconds, which is quite amazing for this. But most importantly, we are independent of network infrastructure, internet, and things like that. Another case where we tried to use this was in a screw detection case in our assembly, where we screw metal brackets onto wood. This is a crucial process, and by looking at these images, you can see that the glare of the metal part, the metal bracket, and also the screw can vary from batch to batch. We tried to solve this with rule-based vision, but it was not that stable that we could use it. But with deep learning, it was actually quite fast and easy to solve this. So this is an example where deep learning can actually get you with a solution fast and quickly. So it doesn't have to be these big, complex tasks. It can also be a fast task. That was what we have tried to use deep learning so far in VELUX. Thank you very much for enriching this session with these exciting examples. I think they are very comprehensive and they highlight the value that deep learning can bring to our servers. Switch back to German now. Ich denke, wir sind jetzt hiermit mit dem ersten Teil so gut wie durch und kommen jetzt noch zum letzten Teil, die Fragen und Antworten, falls es welche gibt. Mich würde natürlich direkt mal interessieren, ihr habt so viele spannende Sachen erzählt, aber wenn ich noch gar nichts in diese Richtung habe, wie kann ich denn dann damit anfangen? Genauso würde ich zunächst einmal empfehlen, für diejenigen, die sich dafür interessieren, uns zu besuchen auf SIG.com.ai. Da haben wir sehr schön alle Informationen für Sie zusammengestellt, die Sie an dieses Thema heranführen hier. Und ansonsten, ja, es ist auch wirklich empfehlenswert, auch für Leute, die vielleicht mit neuronalen Netzen noch nie was zu tun hatten, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es wirklich die Arbeit an vielen Stellen vereinfachen kann. Also wer heute schon einen Inspektor P hat, kann im App Pool die App, die Intelligent Inspection App, die ich gezeigt habe, herunterladen, sich eine SIG-ID zulegen, um dann auf D-Studio zu gehen und erste Versuche zu machen. Wir bieten da die Möglichkeit an, das auszuprobieren. Das klingt wirklich ganz einfach, zumindest um sich mal einzulesen. Wir haben auch eine Frage aus dem Chat und zwar wäre es auch möglich, mit Deep Learning festzustellen, ob auf einer Palette nur Boxen oder auch eine Person befindet? Im Prinzip schon, wenn bei dieser Klassifikation braucht man natürlich Beispielbilder, mit denen man trainiert. Bei Personen ist, ja, bisher fokussieren wir mehr auf Fälle, wo es tatsächlich um industrielle Güter geht, weil wir bei Personen immer auch die Frage haben, wie es mit den Bildern dieser Person aussieht. Das heißt, da würde ich jemanden, der in diese Richtung was tut, vielleicht auch noch mal bitten, auf uns zuzukommen, wegen Datenschutzgründen. Aber technisch gibt es keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Alles klar. Ja, das kann ich gut verstehen. Gerade in Deutschland ist Datenschutz ja doch ein Riesenthema. Sehr gut. Es gibt noch eine weitere Frage und zwar, kostet dieses System eine monatliche Gebühr oder gibt es einen Einmalpreis dafür? Genau, vom Geschäftsmodell her ist es so, wir bieten zunächst einmal, wie bereits erwähnt, die Möglichkeit an, das zu testen. Erstmal komplett kostenfrei, sich mit dem vertraut zu machen, das mal auszuprobieren, auch mal für zwei Stunden in der Anlage tatsächlich solche Entscheidungen laufen zu lassen. Und wenn das dann funktioniert und Sie davon überzeugt sind, dass das weiterhilft, benötigen Sie für das Gerät, also für den Inspektor P eine Lizenz und auch für die neuronalen Netze im D-Studio berechnen wir etwas. Im Moment ist es noch auf einer Pay-Per-Use-Basis und wir werden in naher Zukunft auch noch ein Abo-Modell für den Cloud-Service auch zusätzlich anbieten. Okay, danke. Dann kommt vielleicht noch eine letzte Frage hinzu. Hier schreibt jemand, das ist jetzt vergleichenfester Parameter. Künstliche Intelligenz weiter trainieren, bedeutet neue Bilder hochladen und nicht je Bild der Kamera. Richtig? Ja, an der Stelle ist es so, dass wir, wenn das Training abgeschlossen ist, wir zunächst einmal keine weiteren Bilder berücksichtigen. Also es lernt nicht kontinuierlich weiter. Man kann natürlich das, wie Lasse Hedeby aus Schweden das bereits erwähnt hat, auch auf ein neuronales Netz verwenden, um Bilder zu sortieren und weiterhin abzuspeichern, um zu überprüfen, ob das richtig funktioniert. Und dann auf dieser Erfahrung aufbauend ein weiteres Netz trainieren anhand von mehr Erfahrung, mehr Bildern, um noch weitere Verbesserungen zu erzielen. Also das ist durchaus möglich, aber es ist nicht so, dass die Kamera kontinuierlich mit jedem Bild neu dazu lernt. Das hätte auch Nachteile, die es mit sich bringen würde, weil wir in dem Moment eventuell auch abdriften könnten von dem Zustand, den wir bei der Abnahme für gut befunden haben. Okay, alles klar. Danke dir, Christoph, für den spannenden Input und Lasse bleibt noch kurz bei uns. Für die nächste Session wird er ebenso Velux vertreten und dann begrüßen wir einen anderen Kollegen von intern, den Timo Männle und sind in drei Minuten wieder für Sie da. Das war's, das war's, das war's.